Vielen Dank. Ich habe elf Aufrufe auf meinen Stream danach. Ich habe das einmal eine Stunde auf YouTube gestreamt, da habe ich elf Aufrufe. Das war der hochgeladen, der Stream. Und der hat vor zwei Tagen drei Aufrufe. Nein, Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Warum geht mein Herz? Nein, Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Nein, Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist mir egal, 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 egal. Du, mach Schätze, du, mach Schätze, rette die Welt. Du, mach Schätze, du, mach Schätze, retten sie mitnehmen. Was? 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 Vielen Dank. Da reinkommt ohne 130er Drachenbüchler, weil ich hab so viele. Schild erweitern. Masin. Ah, ah, ah. Hallo, mein niedlicher und tödlicher Freund. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Da kommt kein Mensch rein, Junge. Warum sind die so dumm? Wenn er reinkommt, gibt es eine fette Vollung. Ich. Ich muss ja selber wegen. Wenn er jetzt reinschreibt, ist jemand da. Wenn wir die 10 Abonnenten erreicht haben, gibt es 15, oder? Ich muss ja auch ein bisschen reichweite, 15. Ich muss, ich muss noch ein Träume haben. Ich muss noch ein Träume haben. Ich muss noch die Verlust machen. Ich muss noch die Verlust machen. Ich muss noch ein Träume haben. 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 Es kommt kein Mensch rein, diese Baschnitz. Ich kann halt auch Leute bannen, ich banne diesen einen Typen, Werbung machen ist nicht gut. Diese einen holen, so wird erstmal gebannt. Moderator hinzufügen, entfernen. Nutzer vorübergehend blockieren. 300 Kinder aus. Ich kann nicht zum Moder machen, Moderator. Du auch nicht. Wenn jemand in den Chat reinschreibt, dann die Verlosung muss ich halt auch noch machen. Also, am besten mache ich die, das Ding ist, entweder mache ich noch einen Stream, denke ich mal, dass ich dann, wenn ich den ersten, später, dass ich später nochmal einen Stream mache, kurz, wo ich alles zu der Verlosung und so sage, der wird ja dann eh hochgeladen. Das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht. Oh. 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 Ja, rettet die Welt, kostenlose Waffen. Rettet die Welt, live streams, kostenlose Waffen. Rettet die Welt, live. Hallo. Rettet die Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünschte, ich könnte. 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 Ich wünschte, ich möchte. 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 Ich möchte, ich möchte. Ich möchte. Ich wünschte, ich möchte. Ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte. Ich wünschte, ich möchte. Ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte. Brutal, ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. 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 Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ich möchte. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. 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 Nein. Ich möchte, ich kann auch... Ich möchte, ich möchte. Wenn du willst, kannst du alle Müllkanone so haben. Du kannst alles am Müllkanone haben eigentlich. Dein Adamishma, mein Epic-Name ist... Ich muss nochmal reinschreiben. Mein Epic-Name? Gut. Adamishma, den Namen, diesen Epic. Wenn du mich addest, dann lade ich dich ein. Dann kannst du dir einen Haufen 130er Müllkanone nehmen und das alles, was hier rumliegt. Drei Leute sind drin. Hier mein Epic-Name... Was ist das, was ich tun? Hier Adam... Adamish, dann kannst du join. Die Gruppe ist auf öffentlich. Dann sind hier noch Kürbiswerfer, die man haben kann, wenn ihr wollt. Dann ist hier noch eine Damensprenger. Und hier ist noch ein Osterwerfer. Und hier sind halt Müllkanonen nur alles. Hier ist noch ein Schläger. Hier ist noch eine Deautomatisierung und Dynamisch gut. Doch, Känner. Der joint nicht mal. Äh, nicht mal. Da kann ich nicht einladen. Und schreibt euren Epic-Name ein rein. Moderator in Verfügung. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Abo, like, dollar. Ist der dumm. Hört dein Kumpel auf, Wärmung zu machen, oder? Voll schlecht, dass du ihm, wenn man nicht antwortet. Ja, warum schlägt der denn? Also, ich frage mich zwar, wer... Der hat einen Dislike dargelassen, der in Ruhe soll. Den blockiere ich auch, Climber. Wie kann man... Nutz, der vorüber geht, nutzt er auf diesen Kanal ausblenden. Ja, schlau. Wirklich eigentlich auch nicht. Schön, fett. Aber es... Das ist dieser Bastel, der Dislike dort. Ich respektiere sowas nicht, wenn man Dislike. Mit welchem Arbeiten schneller? Mit dem da? Mit dem hier, du hab ich auch noch den anderen. Hier sind noch andere Teile. Also, wer hier nix nimmt will, ist dumm. Oder du nimmst. Naja, das andere mal nicht. Ich hab mir das Gefühl, ich hab kaum Platz gemacht, irgendwie. Jetzt hab ich die Munition aufgesammelt. Entschuldigung. Hast du Full Munition für Sniper? Wie, mein Rucksack ist voll, geht gar nicht. Ich hab gar einen Slot freigemacht. Für die HD-Rotts hab ich auch wieder aufgesammelt. Effis, bitte kommt einfach nur zu mir. Jetzt fehlen mir noch zwei Slots für die Effis. Ach, was du willst. Ach, was du willst. Mir ist ein Schwieger. Ja, kommst du mal. Die anderen Effis. Yes. Dann kann ich hier. So, perfekt. Ach, Munition verschwendet keine Plätze. Nee. Die verschwendet keine Plätze. Hier. Da kann ich mir ja jetzt Munition herstellen. Obwohl, die mach ich lieber nicht. Wenn ich du auch bewegen dem Bock. Ich muss mal die ganzen Dinge theoretisch die Leute hier oben sind hacken. In dem einen Ding, da tue ich oben mal ganz viele Waffen hinzu, damit ich mal die ganzen Metz hier aufwärmen kann und das Ding wegbekomme. Pass aber auf jetzt, dass hier oben nicht drauflaufen, damit so richtig viel auf. Ja, das brauche ich alles noch. Ich will nur kurz mal alle Gegenstände, die da rumliegen, die das Gegenstand hinbringen. Nicht da hochgehen. Nicht da sowas aufzuhören. Brauche ich aber alles, ja. So, das... Das ist immer nach so'n gebettelt, Junge. So, das ist alles getroppt. Jetzt haben wir hier richtig Ordnung, Junge. Interessant. Sieh, ich hab viel Inventar wieder. Was? Wegen was? Kann ich alles nicht mitnehmen? Wow, eins dort, warte. Stammt. Ich meine guten Toten... Och, nee. Jetzt möchte ich das wieder dorbenes Zeug. Ich will doch die Totengräber... Jetzt hab ich den Rotz wieder aufgesammelt. Jetzt hab ich... Och, jetzt muss ich noch mal dorben, Theorie. Ach, ich heiß drauf. Die Betten sind hier einfach jetzt überall verteilt. So, dann hab ich keine. Brauchst du alle? Brauchst du das? Brauchst du mal... Gut, die Pfeile kann ich machen. Effis. Die hab ich aufgesammelt. Was denkst du, wofür ich Platz gemacht hab? Fuck. So, nee, doch nicht. Ich dachte gar nicht, ich hab Dinge gedorben. Ach, dafür brauchen wir einen Sprengpulver. Ich hab heute meine ganzen Batterien leer gemacht. Zum Glück brauche ich dir nicht für alle fallen. Hab ich mein Lagersitz verfolgt? Ach, mein Lager ist nicht mal fuhl. Ich hätte noch sieben Waffen, kann schon. Damit kann man arbeiten. Ich finde sie mit Taya wieder fuhl. Ich kann so scheiße trainieren, weil ich so viel hab. Ich hab das schon wieder aufgesammelt, die Scheiße. Ich hab das Sprengpulver doch vorhin gerade weg. Jetzt. Nee, ich hab das... Ja, nimm doch. Sehr oft, Alter. Ich dropp immer wieder Dinge und dann sind sie wieder da. Wozu dropp ich sie denn überhaupt? Hast du davon was? Hast du davon was? Rostige Mechanikteile? Was ist das jetzt? Jetzt okay noch. Ich glaub, das ist alles... Ich herzlich le Gerät. Ich hab das Schusseseseseseseseseseseseseseseseseses We'll talk jetzt. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Und wenn... ... 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 was braucht es die energie munition hier bei mir liegt welche was ich habe alles was ich hier nicht brauche ob ich hier getroppt ich habe nur ein körper machen mein freund fragt ob du paschen Vielen Dank. Vielen Dank. Dann nehme ich noch ein paar Donnerbüchse wieder mit. Soll ich hier drinnen rumsuchen, wo die sind? Ach, kommt die nämlich auch noch? Moment, dann... Hey, wo ist jetzt? Sind das jetzt alle gewesen? Der hat so viel mitgenommen, Alter. Ich wünschte, ich könnte... Jetzt hole ich mir mal meine ganzen Baffe hier, die keine Dings da noch büchsen, sind aus dem Lager kurz voraus. Ich hätte so viel mitgenommen. Echt das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab's doch rauf und bekommen. Der hat mehr bekommen als bei den anderen YouTubern da. Die da dauert so ausmachen. So, dann lage ich mal jetzt ein paar Dings aus. Und ich lage jetzt so viele Waffen wie es geht ein. Von denen, die ich so oft hab. Vor allem die hier. Ein paar Totengräber. Total! Gefällt mir! Ich denke mal, der hat's nicht zurückgezogen. Die bleibt drin, dann tue ich noch ein paar Black Outs rein. Die brauche ich selber. Ich hab's selber fast gar nix. Ich weiß gar nicht warum. Fuck, jetzt hab ich wieder Sniper und hab grad die ganze Sniper unni weggeworfen. Spürregler, was du da kriegst. Wie man bekommt die wieder. Dann lass mich auch was wiederverwerten. Wir sind ja Todesdumm. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit. Ich wiederverwerte die jetzt einfach auch. Sind wir Dumm? Warum haben wir das nicht schon eher gemacht? Nö, gar nicht. Hast du jetzt alles wiederverwertet? Was sind die Müllkanonen? Ach hier. Wohl eine behalte ich mal. So, jetzt hab ich... hier Sprengpulver kannst du noch haben. Wohl die ich brauche selber. Ich hab ja jetzt wieder wackelt. Stimmt, ich brauche die selber. Ich hab selber fast gar nix. Ich stelle ein bisschen Klebeband her. Was? Wo hab ich das hier überhaupt? Ich hab noch mehr gehabt. Ich hab davor schon Tod davon. Ich weiß nicht mal wo ich das her hab. So. Warte mal. Ich mach gar n bissl. So, jetzt hab ich noch genau 10 Slots. Ja, jetzt haben wir gar nix mehr. Reicht für heute glaube ich auch mal ne. Können ich Tonnen verlosen. Brauchen selber auch noch Zeug. So, dann geht der Stream von heute erstmal offline. Woh ne, ich spiel jetzt die kleine... Dann später nach Mittag nochmal Stream. Videos. Ich hab Video hochgeladen was sechs drei Minuten geht es live verordnet. So, so tue ich jetzt erst. Echt jetzt? Warte. Trüm ist.